So, ich hoffe, die kurze Pause war entspannend. Also es ist auch, die Fragen aufgenommen werden, ja, die Fragen werden auch aufgenommen und die stellen wir auch drauf. Also alle, die was nicht gehört haben, können es auf YouTube noch einmal nachhören, denn über die Mikrofone wird es ja viel besser aufgenommen, wie wenn jetzt da hinten wer was sagt, was ich da vorne nicht ganz gehört habe. Eine Herzensfrau von mir, die neben mir steht. Unser Weg geht seit 25 Jahren circa gemeinsam. Wir haben gemeinsam bei der Marie-Louise gelernt. Die Gabi Steiner leitet seit 2013, mein Gott noch, seit 2013 das Astro-College Steiner. Und wir haben gemeinsam bei der Marie-Louise Matis auch gelernt. Und sie hat auch beim Peter Orban gelernt, die Aufstellung, die systemischen Aufstellungen, Astrologischen. Und da Gabi auch Lebens- und Sozialberater ist, darf sie auch systemische Aufstellungen machen, weil sie uns Astrologen, die nicht Lebens- und Sozialberater, Psychologen oder Psychotherapeuten sind, nicht. Wir zwei wissen das, weil wir arbeiten gerade an einem Qualitätsmanagement für die Wirtschaftskammer, das dürfen wir sagen. Wir arbeiten seit zwei Jahren dran und schwitzen uns ab, aber nächstes Jahr wird es fertig werden. Ja, und Gabi macht hervorragende Aufstellungen. Halt astrologische Fachvorträge hat beim Astrologenverband schon oft gehalten. Du machst ganz viele Sachen, hast du dein Leben lang gemacht. Ist Mitbegründerin des österreichischen Astrologenverbandes, war zweite Vorsitzende lange Zeit, sehr, sehr lange Zeit vom Astrologenverband. Ja, und eben Lebens- und Sozialberater bist du auch und Wirtschaft hat sie studiert. Ganz was anderes. Ja, aber trotzdem. Ja, wenn es um andere Geschichten geht und Horoskopaufstellungen und Vorträge dafür zu halten, ist die Gabi meine Wahl Nummer eins, weil sie absolut professionell ist und absolut, ja, da gibt es für mich gar nichts drüber. Sollen wir ein bisschen anders? Anders-Statement. Anders-Statement, okay. Nein, nein, es ist wirklich so, also Gabi ist hervorragend. Und ja, Gabi, ich freue mich auf deinen Vortrag und bin schon ganz gespannt auf dich. Ein Applaus für die Gabi am Anfang. Ja, herzlich willkommen. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja. Okay, herzlich willkommen zu meinem Vortrag über die verstrickte Familie. Spurensuche im Horoskop. Die, die mich schon ein paar Mal gehört haben, werden einiges sich erinnern, was ich also heute noch einmal erzähle, damit es auch jeder hier hört. Auch meine Schülerinnen, die ich gerade abgeschlossen habe, die kennen das alle aus dem FF, weil ich es auch unterrichtet habe. Also ich habe ja einen speziellen Unterricht in Bezug auf systemische Familientherapie. Und ja, und für euch alle hoffe ich, dass es spannend wird. Ich mache ja seit mehr als 30 Jahren Astrologie. Und in den ersten 15 Jahren hat mich die Astrologie ja in den Bann gezogen, weil sie so ein hervorragendes Erkenntnis- und Diagnoseinstrument ist. Ja, wo wir auf einem Blick im Horoskop sehen können, was mit dem Menschen los ist. Das soll uns bitte, Entschuldigung, Psychologen anwesend, die Psychotherapie mal nachmachen. Ja, aber dann hat sich allmählich eingeschlichen bei mir im Zuge der täglichen Beratungspraxis ein bisschen so eine Unzufriedenheit. Denn was machen wir denn jetzt mit der Erkenntnis, wenn diese Menschen so innere Widerstände haben, die sie daran hindern, ihre geschundene Seele, wenn man so will, zur Heilung zu bringen. Was machen wir dann? Ja, okay, wir schicken natürlich dann, weil wir brav sind und das auch so müssen, von der Wirtschaftskammer aus sowieso, dann schicken wir die Leute zum Psychotherapeuten. Bei mir war es halt dann leider oft so, dass die nicht mehr woanders hingehen wollten, weil die einfach schon Vertrauen gefasst haben, aus dem, was man da aus dem Horoskop heraus gelesen hat. Und da kam mir ein toller Hinweis von der wirklich viel geliebten, viel geschätzten Maria Luise Mattis, entgegen, die zu mir gesagt hat, du schau dir mal Aufstellungen an. Da gibt es in Salzburg die Brigitte Groß, das war eine der ersten großen Aufstellerinnen in Österreich, bin ich sofort hin und letztlich dann eben bei Peter Orban auch gelandet. Ja, und dann habe ich vom ersten Tag an gewusst, das ist der Stein, der mir gefehlt hat in meiner täglichen Beratungsarbeit. Da habe ich eben beim Peter Orban drei Jahre Ausbildung gemacht, auch bei anderen Aufstellern, verbinde jetzt in meiner Praxis beides, Astrologie und Aufstellungen. Und da hat sich mir eben offenbart, dass in jedem Horoskop ein Stück Familiengeschichte zu finden ist. Und wir machen das dann meistens so, es kommt jemand mit einem Horoskop zu mir, wir schauen uns das an, Diagnose, und dann geht es an die Knochenarbeit. Und dann stellen wir auch eine andere Form von Coaching. Oder ich schicke auch weiter, auch das kann sein. Ja, warum funktioniert das jetzt so gut, diese Lösung von Verstrickungen über die Aufstellungsarbeit? Wir kennen ja den großen Psychologen C.G. Jung, der ja sozusagen mit Archetypen gearbeitet hat und gesagt hat, also unser menschliches Licht an Archetypen. Da gibt es zum Beispiel, jetzt muss ich schauen, ob das funktioniert. Ja, jetzt kappe ich es wieder. Das ist übrigens eine Szene aus einer Aufstellung bei mir in der Praxis, wo also die Menschen in einer bestimmten Art und Weise zueinander stehen und da werden eben diese Themen bearbeitet. Ja, und es gibt natürlich dann diese Archetypen, wie zum Beispiel den Archetypus Technik des Vaters. Der Vater, der steht für Stärke, für Schaffenskraft, für Mut, traditionell natürlich, wir Frauen können das mittlerweile auch, aber es ist eben dieses Archetypische. Und wir wissen eben diese Archetypen, diese allgemeinen, übersetzt in die zwölf Zeichen, Haus und eben die Planeten. Und wir haben auch schon gehört, dass man in einem weiteren Schritt sozusagen den Archetypen unterschiedlicher Planeten zuordnen kann. Da gibt es also alle möglichen Listen dafür, was man dann nehmen kann. Am bekanntesten ist vielleicht für den Vater die Sonne, für die Mutter Mond, kann aber auch das Kind sein, also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und dann ist es halt je nach individuellem Horoskop so, dass dieser Archetyp Vater oder diese Sonne dann ganz unterschiedlich ist, je nachdem in welchem Zeichen sie steht, in welchem Haus und welche Aspekte es dazu gibt. Jetzt ist es aber so, dass es nicht immer so ist, dass das so einfach zugeordnet werden kann, sondern welcher Planet jetzt eine Rolle übernimmt, hängt oft von der Vergangenheit des Familiensystems ab. Es ist dann also so, dass eben Uranus, wo immer gesagt wird, das ist vielleicht der freie Großvater, kann auch zum Beispiel ein Großonkel sein, der ausgewandert ist. Und Neptun steht auch nicht immer nur für diese Uranen, diese seelenvolle Uranen, sondern manchmal auch für ein unehrliches Kind, für das man sich geschämt hat, weil es unehrlich eben war, es wurde nicht anerkannt, es wurde ausgegrenzt. Früher war das noch schlimmer, heute ist es Gott sei Dank nicht mehr so, aber es wurde ausgegrenzt. Das heißt, unsere Probleme kommen nicht nur von diesen schmerzhaften Erfahrungen, die wir persönlich am eigenen Leib machen, wie zum Beispiel die Scheidung unserer Eltern, sondern sie kommen auch von der systemischen Schuld. Das heißt, wir alle übernehmen unbewusst unterschiedlichste Gefühle von unseren Ahnen. Also, das können jetzt Gefühle wie Trauer sein, oder Schuld, Wut und so weiter. Das heißt jetzt, es kann auch sein, dass sich ein Schicksal einer Großmutter wiederholt. Ein Klassiker. Wenn zum Beispiel die Großmutter hier ihr Erstgeborenes verloren hat, dann kann es sein oder ist eigentlich fast so sicher, dass in der Folge auch in den Generationen danach die Erstgeborenen früh sterben. Das heißt, der Mensch übernimmt also von den Ahnen nicht nur jetzt das genetische Material, sondern auch so ein erbgeschichtliches, die Erbgeschichte eigentlich. Und jetzt fragen wir uns natürlich, das kann doch nicht Gott gewollt sein, warum passiert denn so etwas grauseltes eigentlich? Und wir haben eben neben den höchstpersönlichen Eigenschaften auch diesen verstrickten Seelenanteil. Und dieser verstrickte Seelenanteil, der bindet uns an die Geschichte unserer an. Die Ingrid Zindl hat ja da unglaublich viel Forschungsarbeit gemacht im Bereich der Familienastrologie. Ich bin ihr sehr viel dankbar. Und sie hat mal gesagt, wir sind unsere Herkunft. Ein großer wichtiger Satz. Nun gehört zu jeder Familie ein sogenanntes Sippen-Selbst, eine Art Zentrum, das ist so ein unsichtbarer Raum, wo die Erinnerungen gespeichert werden, wo also Werte bestimmte vertreten werden und die ein eigenes Gewissen besitzt. Es kommt also scheinbar kein Kind auf die Welt, wo also dieses Sippen-Selbst nicht schon einen bestimmten Platz für dieses Kind vorbestimmt hat. Die Nachkommen sind also für die Ahnen so etwas wie eine Brücke in die Ewigkeit. Also von der Vergangenheit in die Ewigkeit. Und nichts ist also so wichtig sozusagen, wie ein neues Leben, damit die Ahnen in den Nachfahren weiterleben können. Und aus dieser Logik ist natürlich der frühe Tod eines Menschen in der Sippe immer eine Katastrophe. Ja, weil so ein tragisches Schicksal gefährdet natürlich diese Brücke in die Zukunft essentiell. Je näher ein Ereignis zurückliegt, zum Beispiel der Tod eines Geschwisters, umso stärker wirkt es, aber umso bewusster können wir es oft auch verarbeiten. Je weiter es aber zurückliegt, also in den Generationen Großeltern, Urgroßeltern, umso schwächer wirkt es und kann dann nur durch Wiederholung in Erinnerung bleiben. Denn das Sippengewissen möchte Ungerechtigkeiten und schwere Schicksale im Sippengedächtnis behalten und ausgleichen. Das heißt, ein Gefühl, wie zum Beispiel, wir haben von abgetriebenen Kindern gesprochen, Trauer über ein abgetriebenes Kind, das nicht verarbeitet wurde, sinkt ins Unterbewusstsein und geistert dort über Generationen so lange herum, bis ein Späterer diese Probleme durch ein eigenes Ereignis, ein eigenes Schicksal wieder aufgreift. Und zwar, indem er sich selbst auf den Platz des Verstorbenen stellt oder zum Hüter der verletzten Position wird, zum Beispiel durch Wiederholung. Wenn also bei der Geburt oder kurz danach ein Kind stirbt, ist es beinahe die Regel, dass auch in der Folgezeit Kinder bei der Geburt sterben. Das heißt, es gibt von diesem Sippen selbst oder von den Ahnen, wenn man so will, einen Auftrag an die Eltern, eine weitere Zeugung zu überprüfen. Wenn jetzt, und das kommt leider oft vor, sofort, nachdem ein Kind nach der Geburt oder mit 2, 3 Jahren gestorben ist, sofort ein neues Kind gezeugt wird, dann trägt dieses Kind unglaublich schwer. Dieses Kind, dieses nachfolgende Kind, ist dann eigentlich für immer belastet. Er hat nämlich das Gefühl, sein Leben dem vorherigen zu verdanken. Wir müssen uns das so vorstellen, wie ein Baum, wenn das die Sippe ist, arbeitet ja das Sippengewissen immer so im Sinne von gerechtem Ausgleich. Und wenn wir uns jetzt den Baum vorstellen, hier unten die Wurzeln, das sind unsere Wurzeln, die Urahnen. Und jetzt muss es aber so sein, dass in diesem Baum kein Ast schöner als der andere sein darf, wenn ich mich sozusagen in den Ast von einer Person, die ein schweres Schicksal hatte, verstrickt habe. Ja, weil, wie geht denn das? Wieso darf es mir besser gehen als dieser Person? Und wir sind ja da genau bei dieser Person dann verstrickt. Wenn also jemand früh gestorben ist, dann ist das natürlich sehr wenig an Lebensglück. Und dann greift ihm ein späterer diesen Ausgleichsdruck auf und gönnt sich ihm auch sehr wenig. Das kann jetzt natürlich sein, dass er selber früh geht. Auch dieses Ich-Folge-der-Nach-Syndrom kennen die, die mit Aufstellungen schon zu tun gehabt haben. Oder der sich vielleicht in der Partnerschaft die Erfüllung versagt oder der vielleicht eine Krankheit hat. Das ist natürlich ein Ausgleich, der ein schlimmer ist. Und man fragt sich, warum sowas passiert. Es vermischen sich ja dann oft auch so Treuaktionen von beiden Systemen bei ein und derselben Person. Es ist ja diese magische Vorstellung eben, man könnte etwas Schweres wiedergutmachen durch sich selbst Opfer aus Liebe und aus Treu, aus Loyalität zum Familiensystem. Und das wird halt unbewusst übernommen. Ja, wie passiert sowas? Jedes Mitglied hat ein gleiches Recht auf Zugehörigkeit. Besonders die Ausgegrenzten. So wie dieses kleine Händlein da. Sind das Enden? Ich glaube schon, oder? Ja, genau. Das heißt, abgetriebene Kinder zum Beispiel, über die man nicht spricht, oder verrückt gewordene Familienmitglieder, wo man sich geschämt hat mit denen. Oder wenn der Großvater im KZ vielleicht ein Leiter war oder ein Aufseher oder sowas, dann können wir von Ausgrenzungen sprechen. Das siebten Gewissen sorgt dann dafür, dass die nicht vergessen werden, dass sie dazugehören dürfen durch Schicksalswiederholung. Das heißt, immer wenn wir in unserem Leben so unlogische Schicksalszustände oder Schicksalsumstände finden, dann muss an Verstrickung gedacht werden. Ein weiterer wichtiger Grundregel eigentlich in Familiensystemen ist die von Ordnung und Ausgleich. Auch in Familien gibt es eine natürliche Ordnung, die man nicht einfach x-beliebig verändern kann. Ja, also so vielleicht wie eine Rangordnung. Da kommen die Eltern vor den Kindern und auch ein früherer Partner kommt vor einem Späteren und muss gewürdigt werden. Sonst kann diese Partnerschaft nicht gut werden. Und zu einer natürlichen Ordnung gehört auch der Ausgleich zwischen Geben und Nehmen. Ja, wir wissen, die Eltern geben, die Kinder nehmen, die Kinder geben dann wieder ihre Kinder weiter und das geht also immer so in Richtung dieses Ausgleiches. Anders ist es in Täter-Opfer-Situationen, weil hier aufgrund der Unfreiwilligkeit dieses Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen gestört ist. Was ist also in einer Sippe so schwer? Ich habe es schon gesagt, jetzt mehrmals, der frühe Tod eines Familienmitgliedes. Verbrechen und Schuld, also Mord oder schwerer Missbrauch, wird oft über viele Generationen gesünd. Und diese Sühne soll also bewirken, dass irgendwann sozusagen sowohl der Täter als auch das Opfer einen guten Platz in unserem Herzen bekommt. Die gute Nachricht ist aber, wir können das ändern. Wir können den Ausgeschlossenen einen guten Platz geben. Wir können die Schuld lassen bei dem, zu dem sie dazugehört. Und wir betrauern diese Frühverstorbenen und würdigen damit ihr Schicksal. Und damit können wir frei werden. Wenn wir also davon ausgehen, dass unser Horoskop quasi unser Lebensskript darstellt, in der psychologischen Astrologie sagen wir ja, all unsere Themen, die wir in diesem Leben bearbeiten müssen, die sind da drinnen. Dann liegt es doch auch nahe, dass unsere Vergangenheit, die uns geprägt hat und die erlöst werden will, auch dahin enthalten ist. Und so finden wir also diese Familien, diese Familienverhaltensmuster, die also von vergangenen Schicksalen geprägt worden sind und Aufträge aus der siebten Vergangenheit in unserem Horoskop, die eben über Generationen weitergegeben werden. Und da könnte man sich jetzt auch fragen, ja, aber warum ist das dann so? Diese Muster müssten ja dann in allen Horoskopen einer Familie ja dann auch enthalten. Das ist aber nicht immer so, denn nicht alle Horoskope von Familienmitgliedern sind gleich beladen und tragen sozusagen gleich schwer, sondern einige kommen leichter weg, müssen sozusagen dieses Gewicht der Familie nicht tragen. Wenn man aber jetzt Familienstammbäume analysiert und da habe ich also etliches gemacht, dann kann man also immer wieder sehen, dass es oft ein Mitglied gibt oder auch einige wenige, die stellvertretend für alle sozusagen die Sache ausbrachen, oder die stellvertretend sozusagen hier eine Lösung finden. Das sind so Sündenbocker und so weiter. Woran wir die Muster jetzt im Horoskop erkennen, möchte ich anhand eines größeren Beispiels euch zeigen, aber was wir auf jeden Fall schon vorweg sagen können, ein dominanter Pluto oder ein dominanter Neptun sind immer ein Hinweis auf Familienverstrickungen und auch die Wasserhäuser. Ich glaube, Deine Dieter wollte über das sprechen. Wasserhäuser 4, 8 und 12 sind auch immer ein Thema. Und somit komme ich gleich einmal zu dem Beispiel. Ich hoffe, das sieht man gut. Ja, ich glaube schon. Das ist Nadja, die seit 2015 bei mir mit Astrologie arbeitet und auch intensiv mit Familienaufstellungen und die kam ursprünglich mit Beziehungsproblemen nach der Scheidung von ihrem Mann, mit dem sie also zwei Töchter hat, ist sie also in wirklich massive psychische Probleme gefallen, wo sie auch kurzfristig einmal in eine Klinik musste. Und überhaupt hat es in ihren Beziehungen immer große Kramen gegeben. Ein erster Blick aufs Horoskop geht bei mir zunächst immer auf die Wasserhäuser. Also, 4, 8 und 12. Hier sollten die Setzungen da sein. Jetzt ist aber im 4. Haus hier eigentlich nichts, aber der Herrscher des 4. Haus Wassermann ist Uranus, hat eine Verbindung zu 12 und steht auch zusammen mit Max hier. Also, zwei Planeten in 12 und dann haben wir noch in 8 den Saturn. In 8 kommt oft unser innerer Kampf zwischen Lebensdrang und Todesstrieg immer wieder hier auch zum Ausdruck. Wir könnten auch hier in 8 Konsequenzen finden, die sich ergeben haben bei unseren Ahnen, indem sie sich sozusagen mit einem Partner verbunden haben. Und dann kann es natürlich sein, dass manchmal wir auch an ähnlichen Konsequenzen leiden, im Sinne von Wiederholung, um zur Heilung zu gelangen. Verstrickungen finden sich in Nadias Horoskop ganz klar in folgenden Aspekten. Prinzipiell kann man immer sagen, die persönlichen Planeten, Sonne, Mond, Merkur, aber vor allem Venus, auch Mars, in Verbindung mit langsamen Läufern. Zeigen immer so etwas an. Da finden wir zum Beispiel Nagel. Da finden wir zum Beispiel hier also Sonne, Saturn einmal, eineinhalb Quadrat im achten Haus. Zu den Erklärungen komme ich dann später. Wir finden auch Mond, Neptun, Mond, Neptun in einem Quadrat. Wir finden Merkur mit Neptun hier zusammenstehen und wir finden Venus, Pluto hier in Konjunktion in der Waage. Die kommt mit Beziehungsproblem. Noch dazu ist ja die Venus, bitte, Herr 8 und Herr 12. Also plutonisch und neptonisch. Und Pluto selbst hat auch noch ein Sextil zu Neptun. Wie schon gesagt, Pluto, Neptun und andere Neptun-Verbindungen, sind immer Bindungen ans Jenseits. Und Familiengeheimnisse sind auch immer zum Beispiel in Mond-Neptun oder Herr 1 im Aspekt zu Neptun. Herr 1 ist ja bei dir der Pluto, also haben wir hier schon wieder eine Verbindung, Pluto-Neptun, auch wenn es ein Sextil ist. Es sind einfach Schicksalsplaneten, wenn man so will. Immer interessant ist auch, welche Zeichendominenzen gibt es. Und da finden wir natürlich in der Waage hier vier Planeten, nämlich Venus, Pluto, Mars und Uranus. Und da ist das meiste auch noch, oder zwei davon in zwölften Haus. Das heißt, eine klare Sache, hier geht es immer um Beziehungen. Der Scorpion ist hier doppelt, mit Aszendent und Sonne, aber es gibt auch Lilith in Scorpion. Außer Zeichen sogar hier in Sittas jeder. Außer Zeichen hier ist die Lilith und da in Verbindung mit Merkur Erdnettung. Sie kam zu mir schon beim ersten Termin mit drei Kerl Aussagen. Sie hat einmal gesagt, ich hatte nie Familie. Es gibt in der Familie lauter Einzelkinder. Es war sogar so, dass die Eltern beim Stammbaum etwas getrickst haben in der Schule, damit es nicht gar so komisch ausschaut. Und es ist halt so, dass bei Einzelkindern es immer schwierig ist, weil die oft aus beiden Systemen etwas tragen. Bei Geschwistern kann es sich manchmal ein bisschen aufteilen. Daher hat sich für mich natürlich die Frage gestellt, wo im System sind denn diese Kinder verloren gegangen. Jedenfalls hat sich Nadja also immer einsam gefühlt. In Aufstellungen haben wir gesehen dann, dass die Mutter energetisch so sehr an etwas schweres gebunden war, dass die Tochter, die ja eigentlich ein einziges Kind war, nicht wirklich wahrnehmen konnte, sie konnte ihre Tochter nicht wahrnehmen. Und Planeten in zwölf fühlen sich auch oft einsam. Wobei menschliche Beziehungen hier als Gegenmittel meistens dann gar nicht ausreichen. Oft sind diese Menschen zu einem Zeitpunkt in die Welt gekommen, wo der Familie eigentlich eine Seele vorhanden gekommen ist. Und die muss also jetzt die Seelenarbeit für alle machen. Dann gibt es eine zweite Kernaussage, meine Beziehungen sind immer schmerzvoll. Na das sehen doch alle sofort an dieser Geschichte Ach Gott. Ich soll immer nicht falsch schreiben. Da oben muss ich klicken. Also Venus Pluto in der Waage. Schauen wir uns auch dazu noch genauer an. Und die dritte Aussage war von ihr Ich spüre eine starke Nähe zum Tod. Nadja ist ja stark plutonisch und wir wissen Pluto verlockt sozusagen die Seele des Menschen sich des Schicksals eines anderen anzunehmen und manchmal sogar über ein Seelenopfer oder ein Selbstopfer sozusagen zu heilen. Eine klassische Aussage wenn du stirbst also ein Voriger dann möchte ich auch nicht leben. Das ist laut Zindl und hat sie vollkommen recht eine Anmaßung an die höhere Ordnung des Saturn. Er ist der der die Schicksalsfäden sozusagen hier oder seine Göttinnen abschneidet oder der das bestimmt. Jetzt ist es so, dass reine Neptun Stellungen wie hier mit Mond Neptun und Merkroneptun es oft schwierig machen sich in diesem Leben gut zu verankern. Bei Neptun mit Pluto in Verbindung stehen die oft so weit drüben auf der anderen Seite dass sie mit aller Intensität sozusagen versuchen ihr Leben den Toten quasi zu opfern. Mehr noch gilt das beim Aszendenten das sind gebundene Energien hier und die sind sogar bereit ihr Leben eben zu opfern damit ein anderer früherer wieder lebendig werden kann was ja gar nicht möglich ist. Sonne in Skorpion ist schon mal so eine Geschichte wo sich also Nadia der Vergangenheit des Vaters annehmen wird müssen und bei Sonne eineinhalb Quadrat Saturn ist oft ein schicksalhafter männlicher Tod in der Familie. Man muss dazu sagen weil sie sagt eine Nähe zum Tod Nadia wäre selbst fast bei der Geburt gestorben und ein zweites Mal bei einem Bergunfall und da haben wir also auch eine Geschichte aus ihrer Vergangenheit gefunden der Großvater väterlicherseits ist im Krieg gefallen als die Großmutter noch mit dem Vater schwanger war interessant auch in der Aufstellung da wurde sichtbar dass die Großmutter der Tod eigentlich ihres Mannes gar nicht so sehr berührt hat sondern sie hat in dieser Aufstellung gesagt in Richtung Sohn jetzt habe ich ja dich das ist etwas was wir bei Sonne oder Mond in Verbindung mit Saturn fast immer sehen der Sohn oder die Tochter wird hier zu groß wird auf eine Partnerebene gehoben und hier wird dann zu viel Verantwortung übernommen ich habe schon von Ordnung gesprochen und hier ist eine Umkehr der Kraft kostet und wo sozusagen dieses Kind oft an dieser Bürde die sich ja eigentlich oder die Seele unbewusst selbst auferlegt hat oft zusammenbricht und holt sich dann die fehlende Energie wieder bei ihren eigenen Kindern oder bei den Partner und so geht das heute ewig weiter Saturn in Acht als Hütter der Schwelle zeigt oft auch eine Angst vor dem Tod der uns daran hindern kann aus dem Vermächtnis der Ahnen das Beste zu machen Saturn überdeckt nämlich Begegnung und Liebe mit Strenge und Loyalität und da geht es jetzt nicht mehr um diese spielerische Liebe da geht es sozusagen um diese felsenfeste Liebe ohne Wenn und Aber und wenn also Ahnen einem diesen Planeten Saturn in das Feld der tiefen Bindung Acht vererbt haben dann muss was geschehen sein was genau nicht diese Liebe ohne Kompromisse war was also nicht den ganzen Menschen umfasst hat Also es geht dann um eine verlogene irgendeine niedrige Liebe manchmal wendet sich Saturn in diesem Feld auch gegen jeglichen Missbrauch von Liebe und Saturn ist ja nun also der Herrscher des dritten Hauses drittes Haus in Steinbock kann also auch ein schicksalhafter Tod von Geschwistern sein und da gibt es jetzt genug in dieser Familie ein besonders tragischer ist der dass die Mutter von Nadja vom Geliebten ihrer eigenen Mutter die also früher ihren Mann verloren hatte missbraucht und mit 16 Jahren daraus ist ein Kind entstanden und die Großmutter wollte dieses Kind an sich nehmen als wäre es ihres wegen der Schande und da hat die Mutter das Kind verschwinden lassen wir wissen nicht genau ob es eine späte Abtreibung war oder nach der Geburt weil sie eben gesagt hat du kriegst das nicht das ist mein Kind aber was ihr abgerungen wurde ist sozusagen ein Schweigegelübde du darfst nie jemandem etwas über das erzählen und da haben wir jetzt diesen schönen Mars als Herrscher des sechsten Hauses der Mars kommt ja hier aus dem sechsten Haus und steht hier in zwölf und und der kann natürlich auch dieses gewaltvolle verschwinden zwölftes Haus bedeuten von diesem Kind über das auch zwölftes Haus eben geschwiegen wurde Diese Marz-Konjunktion Uranus, also diese Konjunktion, wobei Uranus der Herrscher des vierten Hauses ist, in zwölf, steht auch noch. So, da haben wir Marz-Uranus im Quadrat zu der Mondknotenlinie. Also die Mondknotenlinie, wo der absteigende Mondknoten da oben eben im Krebs steht, wo schon dieses Kind-Thema wieder hereinkommt. Und wir sehen auch bei ihr sozusagen diesen Verlust der Wurzeln, auch allein schon mit diesem Uranus als Herr vier in zwölf. Und, was wir auch noch finden, bitte schreckt euch nicht, unser Beta-Rad hat also hier diesen Substanzpunkt, der das eigentlich ist, als Krankheitspunkt hereingeschrieben. Ich vermute mal, damit nicht die Leute, die dann bei einem sitzen und sagen, ah, Tod, also Todespunkt oder Substanzpunkt, dass die da gleich ausflüchten, ist meine Vermutung. Auf jeden Fall ist das hier der Substanzpunkt, ja, in der Diktion der alten Astrologie hat man den Substanzpunkt genannt, ja. Und auch dieser Substanzpunkt steht also hier im Krebs mit 2 Grad 29 und steht in Proposition zu diesem Jubilter im dritten Haus, im Steinbruch. 4 Grad, ja, genau, im Steinbruch. Das heißt, auch hier wieder ein Zeichen für viele Kinder, viele verlorene Kinder. Jupiter ist ja über viel, ja, auch unnötig, ja. Also wenn Jupiter mit dabei ist in einer Spannung, dann ist das immer etwas, was eigentlich aus Leichtsehen oder aus, eigentlich nicht passieren hätte sollen. Ja, und dann haben wir Venusflut. Und hier gibt es eine alte Liebesgeschichte, eine alte Beziehungsgeschichte in aller Regel mit einer unglücklichen Verstreckung in der Vergangenheit. Oft Beziehungen, die durch den Tod auseinandergerissen wurden und dann kann es eben sein, dass Nachkommen auch in leidvollen Beziehungen bleiben. Ich nenne das gerne die Gummibandbeziehungen, ich kann nicht mit dir und auch nicht ohne dich. Hing her, hin her. Das heißt, das Ahnenpaar, ja, oder die Paare, die also Venusflut verkörpern und deren Liebe so leidvoll war oder durch den Tod getrennt worden ist, muss aufgespürt werden, muss gefunden werden. Nun, die Großmutter väterlicherseits hat ja als Schwangere ihren Mann verloren im Krieg, aber auch die Großmutter mütterlicherseits hat zuerst ihre erste große Liebe im Krieg verloren. Danach ihren Mann im frühen Alter durch einen Herzinfarkt, da fällt mir jetzt auch wieder Mars Uranus in Wage in 12 ein. Und das kann natürlich Verluste durch kürzliche Ereignisse auch wieder sein. Übrigens, und das ist auch immer spannend, in dem selben Alter, in dem sein eigener Vater im Krieg gestorben ist. Klassische Wiederholungsmuster, oft im gleichen Alter oder ein, zwei Jahre auf oder ab. Nun kommen wir zu diesen verlorenen Kindern. Ach, das wird mir heute ein paar Mal passieren, schau mal nicht. Ich habe es da schon vorher erwähnt, Merkur-Neptum. Merkur-Neptum steht ja im Quadrat zum Mond. Hier auch noch die Spannung zu Kirung und hier auch noch eineinhalb Quadrat herüber. Ja, also wir nennen das auch ein hartes Quadrat. Also das ist so eines von diesen Figuren in der klassischen Astrologie. Die Waldfigur oder wie auch immer. Und das kann natürlich bei Merkur-Neptum auch der Verlust von kleinen Kindern sein. Also Merkur ist oft so bis zum vierten Lebensjahr. Danach kann auch dann Venus oder Mars sozusagen diese Rolle übernehmen, von der ich am Anfang gesprochen habe. Und jetzt müssen wir wissen, der vierte große Problempunkt meiner Kundin von Nadja war ein besonders drängender Wunsch nach einem dritten Kind. Jetzt muss man wissen, der Auftrag, der Ahnen an skorpionische Menschen, wie ja Nadja ist, ist immer führe du wieder unsere Blutlinie weiter. Und tatsächlich taucht hier in einer Aufstellung eine Urahnen auf mit dem Auftrag, das eigene Blut durch viele eigene Kinder weiterzutragen. Jetzt wünscht sich also uns Renatja von ihrem Partner ein drittes Kind, der schon zwei Kinder hat aus erster Ehe und vor lauter Schock sich gleich unterbinden lässt. Was aber ein schwerer Schlag natürlich für sie war. Ich habe mich natürlich gefragt, warum wünscht sich ein Kind jenseits der 40 mit zwei pubertierenden Töchtern unbedingt noch ein drittes Kind. Und da ist auch interessant, und zwar ist dieser Kinderwunsch aufgetreten, als der, jetzt muss ich das zeigen, hoffe ich kann das, als der regressive Aszendent hier in dieses Plutobareal gekommen ist und genau diese Venus-Pluto-Geschichte auslöst. Wir haben auch übrigens Merkur und Mars da eng beieinander stehen. Und was haben wir noch? Der regressive Substanzpunkt, den haben wir da unten, steht also auf dem regressiven IC, und der kommt auf diesem Jupiter hier zu liegen, wo wir also wieder sozusagen diese Opposition, von der wir schon gesprochen haben, diese Verbindung wieder angetrickert haben. Und dann haben wir auch noch den Transit-Pluto, der im Quadrat hier zu diesem Kirung zu stehen kommt. Der war auch noch auf dem Mond hier und ist jetzt im Quadrat zu diesem Kirung. Und löst natürlich, weil er eben hier steht, diese ganze Figur wieder aus, die der im Radix hat. Das löst ja alles immer im Sinne des Radix aus. Das ist ganz wichtig, der Direktion. Und dann haben wir auch noch den progressiven Aszendenten im Neptun, also auf dem Neptun, oder dem Neptun-Areal. Und dieser progressive Aszendent löst jetzt natürlich automatisch diese Merkur-Nekton-Geschichte wieder aus. Und schon wieder sind wir in diesem alten, harten Quadrat, also in dieser harten Figur, was ich vorher schon angesprochen habe. Außerdem ist der Saturn auch noch da über den Aszendenten marschiert, über den progressiven. Und der MC touchiert hier diese Venus-Pluto-Geschichte, der progressive MC. Und er steht wieder im Zeichenwechsel. Also wir wissen, MC-IC-Ax im Zeichenwechsel, das sind immer ganz entscheidende Veränderungen. Sowohl im familiären, als auch im beruflichen natürlich sein. Aber da tut sich immer unglaublich viel. Das ist so ein Wandel vielleicht, ja. Dann sollten wir auch noch eines betrachten, nämlich die Venus. Ihre Venus steht ja auch noch hier auf einem kritischen Grad, ja. Das dürfen wir nicht vergessen, ja. So, wenn wir mal zurückgehen. Ja, gehen wir zurück zum Horoskop von Nadja. Ja, drei Kinder, ja. Eine magische Zahl in ihrem Familiensystem. Die eigene Mutter hat eine Fehlgeburt vor und eine nach der Nadja gehabt. Und die Nadja selbst hat ihr drittes Kind verloren in der 19. Woche, ein Bub. Jetzt muss man wissen, dass bei der Urgroßmutter oder sagen wir mal die Großmutter mütterlicherseits einen Bruder verloren hat mit eineinhalb Jahren. Ja, auch wieder ein männliches Geschwister. Und hier hat damals, also die Mutter dieses kleinen Buben immer wieder dann zur Großmutter mütterlicherseits gesagt, blöd, dass er gegangen ist. Warum hat das nicht dich getroffen? Ja, also man muss sich vorstellen, was das in der Seele eines Menschen macht. Ja, das sind die drei, die magischen drei sozusagen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, die Libid hier im Skorpion, die ja sozusagen hier ein Arztellium hat. Ja, obwohl es also eigentlich kein rechnerischer Punkt ist, aber trotzdem hier beisammen steht mit Merkur-Mettung. Lilith in Skorpion sind oft generationsübergreifende Traumata, wo in der Sippe so viel Schweres passiert, dass das Überleben der Familie gefährdet war. Ja, ein Klassiker. Väter, die also vom Krieg zurückkommen, traumatisiert sind oder sogar dort gestorben sind. Ja, die früh verstorbenen Kinder und so weiter. Und diese Lilith in Skorpion hält ja auch gern zwanghaft an Vorstellungen fest. Ich konnte ihr diesen Kinderwunsch, obwohl wir wirklich viel gemacht haben, fast nicht austreiben. Ja, also wir haben hier wirklich heftigst dran gearbeitet. Die schwarze Göttin ist ja auch die Zerstörerin, wenn man so will, die ohne moralische Skrupe sozusagen alles wegfegt, was also hier für die Weiterentwicklung in meinem Leben eigentlich nichts mehr bringt. Bis hin zum Selbstmord. Und da muss ich auch sagen, dass Nadja zwei Selbstmordversuche nach der Scheidung damals hinter sich hat. Lilith sind ja auch immer Mond-Pluto-Themen. Und jetzt haben wir die Lilith auch noch hier umso näher in Skorpion. Und der Mond, der hier natürlich auch noch mit dieser Lilith-Geschichte da, mit diesem ganzen Paket sozusagen in einer Spannung steht. Lilith ist sozusagen so ein verdrängter Anteil. Und hier kommen auch unsere unerfüllten Wünsche, wie eben der Kinderwunsch dazu. Lilith ist, das hat die, glaube ich, Lianella, Livaldi Laun einmal gesagt, ist die Begegnung mit dem Schmerz. Und gemeint ist hier ein Schmerz, der entweder über die Vertreibung aus dem Paradies sozusagen erlebt wird, oder der Verlust der eigenen Kinder. Und da ist alles drin. Abtreibungen, Tod, Geburten, Kindstod, Missbrauch und so weiter. Lilith in Skorpion bringt auch immer dieses Entweder-Oder. Entweder es geht nach meinem Kopf, oder ich zerstöre alles, wenn es sein muss, auch mich. Jetzt ist es aber so, dass mit Lilith in Skorpion oft so schmerzliche Gefühle, oder überhaupt, wenn ich so etwas erlebt habe, partnerschaftliche Dinge und so weiter, wird oft als so bedrohlich erlebt, dass es verdrängt werden muss. Davon haben wir heute schon gesprochen. Oder es wird in den Intellekt gehoben. Und das war bei ihr so typisch, die können dann den Partner verstehen, die verstehen alles, ja, ich kann mich einfühlen in den und so weiter. Aber im Körper tobt dann ein Krieg. Und das Tragische hier ist, diesen Krieg hat ihre Tochter für sie ausgefochten. Und da komme ich gleich dazu. Eine Geschichte noch, weil sie einen Zwilling vorbein hat. Saturn im Zwilling, im Achtenbaus, in eineinhalb Quadrat hier, könnte auch ein Hinweis sein zum Aszendenten. Und könnte auch erklären, weil solche Menschen, die einen Zwilling verloren haben, sind ein Leben lang auf der Suche, oh, das ist schlecht. Darf ich ein bisschen mehr haben? Ein paar Minuten, das geht jetzt nach Hause um. Ja, okay. Die also dann ein Leben lang auf der Suche nach dem fehlenden Sinn, nach dem fehlenden Zweiten sozusagen sind, warum darf ich leben und du nicht? Sie selber war auch im Glutkasten. So, und jetzt muss ich einfach die Alina hier noch herholen. Das hilft nichts, die brauchen Herz. Sie werden mal begeistern. Und schon wieder, bitte. So, holen wir die Alina. Das ist die Tochter. Wir schauen also wieder einmal auf die Häuser 4, 8 und 12. Und ich muss dazu sagen, die Alina ist zu mir gekommen, weil sie ständig körperliche Symptome hat, wenn es der Mutter nicht gut geht. Also offenbar zeigt sie was körperlich an, weil es also Nadja nicht sehen kann oder will. Und wir haben also hier wieder, oh Wunder, Merkur, in Opposition zu Neptun. Und das ist so etwas, was sich eben auch über die Familien immer wieder wiederholt. Also die Aspekte zwischen gleichen Planeten, die dieses Thema wieder aufgreifen. Wir haben, was haben wir noch? Ja, Quadrat zu Jupiter in 12. Und dann steht das Saturn hier direkt am Aszendenten. Also die fühlt sich verantwortlich sowohl für die mütterliche Schwere, weil der Saturn ja auch hier zum Mond eine Spannung macht. Ja, und sie agiert das bitte körperlich aus. Die Beziehungsgeschichten der Mutter fühlt sich hier verantwortlich, aber es gibt auch eine Spannung zur Sonne, also auch Vaterthema haben wir hier. Und es gibt auch sowohl zur Sonne als auch zum Mond diese Spannung mit Mars. Wir haben ja da so eine Spannungstachel. Und diese Spannungstachel ist hier jetzt eingebunden, ich würde fast sagen, ein großes Quadrat. Also wir haben hier Saturn, Uranus, Mars und dann hier diese Sonne mit der Knotengeschichte. Und Mars, Pluto oder Mars im Skorpion sind oft auch Hinweise auf schuldhaften Tod- oder Kriegsgeschichten. Und wie viel Substanz eigentlich diesem Kind dieser versuchte Ausgleich kostet, sehen wir woran. Ja, also wir sehen wieder, dass hier der Substanzpunkt mitspielt. Und der ist ja auch noch einmal hier bei ihr in Konjunktion mit Mars im Skorpion. Mehr brauche ich eh nicht dazu sagen. Und das löst halt bei ihr eben immer diese Symptome aus. Mondsextil, Pluto sind auch noch oft eine zu starke Leidensgemeinschaft mit der Mutter. Und da Lilith jetzt hier bei ihr, wo ist sie? Da oben, ja, oben, fast oben, genau wie Pluto zusammensteht, können wir uns hier auch wieder vorstellen. Das ist ja wieder etwas Ähnliches wie bei der Mutter Lilith in Skorpion. Auch hier wieder eine Wiederholung. Und bitte, ja, auch noch die Venus ist auch wieder auf 0 Grad. Wenn wir also Planeten in Familienlinien auf den gleichen Graden besetzt haben, dann ist das auch oft ein Hinweis, dass sich hier etwas weiter fortsetzt. Ich habe mit Alina sechsmal aufgestellt. Und jedes Mal haben wir das Symptom beseitigt. Und dann, es hat immer mit der Mutter zu tun gehabt. Und dann kam es irgendwann, kam ein neues Symptom. Ja, und ich erinnere mich auch an eine erste Aufstellung von ihr, wo es eine Häufung von Todesfällen gegeben hat in ihrem Umfeld und ein Symptom dazu. Und da hat sich gezeigt, dass auch bei der Vaterseite, bei der Ururgroßmutter, im Krieg zwölf Geschwister, das waren alles Männer, alles Brüder, verstorben sind. Und diese Ururgroßmutter war die einzig Überlebende. Mond, Herr 3, Halbquadrat, Mars, der ein Mitherrscher des zwölften Hauses ist. In Konjunktion, den Substanzpunkt haben wir auch schon wieder mit dabei. Und dann muss man noch sagen, in einer weiteren Aufstellung ist auch eine Enkelmacherin aufgetreten und ein Erzeuger, der einfach dieses Kind aus Langeweile gezeugt hat und der diese Abteilung gefordert hat. Und wir finden auch hier in dieser Aufstellung dann die Trauer um die erste Fehlgeburt vor Nadja, die ein Junge war. Und danach wollte die Mutter von Nadja eigentlich kein Kind mehr. Sie war also ein nicht gewolltes Kind, musste aber immer Bubenkleidung tragen. Jetzt wissen wir auch warum. So, ich glaube, jetzt muss ich aufhören. Schade, ich hätte noch eine Psymastrie. Aber was wir hier sehen, also wenn, man sieht es in der Silastrie nämlich ganz besonders, ja, die kommt aus dieser Nummer gar nicht raus. Ja, dieses Kind, Alina's Neptun steht auch in der Silastrie. Ich mache das jetzt trotzdem. So mache ich es in Deutsch, man will. Schon wieder bitte in der falschen Richtung, das kostet auch Zeit natürlich. Ja, die Silastrie. Und hier sehen wir auch, dass diese Aszentenzaturgeschichte von der Alina auch dieses eineinhalb Quadrat von der Mutter hier Venus Blut detuschiert. Das heißt, die ist emotional in das Beziehungsdrama der Ahnen eingebunden. Und sie erlebt mit Mond, Saturn, ja genau, sie erlebt die Mutter als eine sehr Belastete, fühlt sich verantwortlich. Und dieser Mond ist sowieso durch Blut und diese Leidensgeschichten hier massiv verletzt. Die rückläufige Venus berührt wiederum den Mond. Ja, sozusagen von der Mutter und löst wieder diese ganze Geschichte daraus, die wir schon besprochen haben. Und dann haben wir auch noch eine doppelte Geschichte mit der Mondknotenachse. Ja, und schaut euch das an. Ja, die Mondknoten von Alina, also von der Nadia, sind mit MC-IC-Achse hier verbunden. Und da haben wir Mondknoten, Uranus, verlorene Wurzeln auch noch mit MC-IC von der Mutter. Also ich frage mich dann schon, wie die aus der Geschichte rauskommen soll. Dann hat sie auch Neptun im Quadrat zu Ascendent, Descendent. Und hier sieht man schon, dass sie sich gar nicht abgrenzen kann, gegen die Geschichte der Mutter oder die Beziehungsgeschichten. Sie spürt immer ganz genau, wenn es der Mutter nicht gut geht, auch wenn sie es gar nicht wissen muss. Das Beste, was ihr passieren konnte, ist, dass sie in die Heilung geht mit ihrem Chiron. Und die arbeitet in einer Psychiatrie. Ja, leider hat sie vor eineinhalb Jahren Multiple Sklerose bekommen. Also darum sage ich, die kommt aus der Nummer ganz schwer raus. Also das ist ein ganz starkes sich Opfern. Aber sie ist absolut ein mutiges Mädel. Und ich glaube, wir haben auch diese Krankheit aufgestellt. Und da haben wir also auch einiges gefunden. Aber damit mache ich jetzt Schluss. Es ist ein bisschen ein schweres Thema, ich weiß das. Aber was das Schöne ist, wir können da auch wieder herauskommen. Wir können herauskommen, wir können uns das anschauen. Wir können uns das bewusst machen, damit der rote Faden für unsere Nachkommen durchschnitten wird. Dass das nicht ewig weitergetragen ist. Und das ist mein ganz persönlicher Auftrag. Und jetzt bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Was hat ein erstgeborenes behindertes Kind in so einem System? Geistig und körperlich behindert. Ja, also Behinderungen, obwohl, also egal ob es jetzt geistig oder körperlich ist, hat oft mit schuldhaftem Tod in der Vergangenheit zu tun. Ja, also ich habe zum Beispiel eine Kundin, wo der Bruder ist geistig behindert, also schwerer Autist, und da war der Großvater eben in einem KZ. Ja, und hat hier also massenweise Leute aufgenommen lassen. Ja, also da geht es wirklich um Mord und Todsschlag in der Vergangenheit trifft. Dankeschön. Ich habe einen Maas im achten Haus und eine Lilith in fünf. Und ich habe keine Abtreibungen, ich habe keine Fehlgeburten, was man mit Lilith in fünf annehmen kann. Aber Maas in acht macht ein Quadrat auf Lilith in fünf. Das war nicht ich, sondern meine Mutter hat vor mir. Hätte sie einen Buben bekommen. Das sind alte Geschichten. Die wir tragen und wir fahren uns mal rum. Bei uns ist doch alles in Ordnung. Ich habe das alles nicht. Dann müssen wir eben vermuten, dass es echt nur verstritten ist, die Generationen zurückgegeben. Und ich weiß noch, wie du den ersten Vortrag beim Verband gehalten hast und sprichst über Maas in acht und ich sitze und kriege Nasenbluten. Ich habe noch nie in meinem Leben vorher und danach Nasenbluten gehabt. Und gehe aufs Klon und denke mir, wieso habe ich Nasenbluten? Ich habe das Thema doch gar nicht. Ich habe schon unterrichtet. Ich habe das Thema ja gar nicht. Und stehe da und das rinnt, bis ich draufgekommen bin. Ja, hoppla. Das ist es. Maas in acht. Ja, Maas in acht sind Maas-Bluto-Themen. Also das sind ganz viele Offenbarungsgeschichten. Oder eben schuldhafter Tod. Ich nenne es jetzt so. Mord ist so schlimm. Ja, ich finde das spannend mit diesem Sippengedächtnis. Nur ich habe jetzt mindestens zwei Sippen. Also ich habe ja die Sippe vom Vater, die Sippe vom Mutter. Und das teilt sich ja dann auch immer wieder, das verästelt sich ja tausendmal. Also wie kann da eine Sippe überhaupt eine Sippe sein? Also eine Sippe ist ja nur aus meiner Sicht, glaube ich, eine Sippe, oder? Zur Sippe gehören alle Nutzverwandten. Also Vaterseite und Mutterseite. Also die Eingeheiligten natürlich nicht. Ja, außer sie haben wieder Kinder bezeugt. Und du bist ein Kind dieses Kindes. Ja, aber ist das, was meinst du genau? Ja, ja, ja. Weil ich glaube, wir eine Sippe haben. Aber ich glaube, eine Sippe, also wenn ich jetzt, oder sagen wir, ich habe jetzt eine, oder sagen wir, vom Vater her habe ich eine miese Sippe, sage ich mal. Und wenn er dann eine gute Sippe, wäre ich als Kind dann, also was ich meine, es mischt sich da immer wieder. Also wo, ja. Ja, es mischt sich. Das Problem ist nur das, dass meistens die grausigen Sachen irgendwie dann eben als ein späteres Schicksal, als Wiederholung weitergegeben werden, weil es ja darum geht, das Alte zu würdigen, was da passiert ist. Ja, und ich habe ja schon gesagt, es ist nicht immer, also du wirst nicht alles tragen, weil da wird man ja verrückt. Ja, manche tragen viel. Also ich habe so ein Blutspiel zu zwölf. Ich trage, glaube ich, alles von allen irgendwie. Ja, ich kann es aber tragen. Also ich kriege meistens auch Leute, die es irgendwie auch schaffen, die das reflektieren können, die das auch begreifen, worum es da geht. Ja, das ist das Interessante. Ja. Ich muss mal fragen, Inzucht oder Brüder-Schwester-Liebe. Inzucht oder Brüder-Schwester-Liebe in Verbindung mit Homosexualität, wie ist oder, ja, oder auch die weibliche, auch die weibliche Komponente. Wie wirkt sich das? Wie sich das auswirkt? Das können verschiedenste Aspekte sein. Das sind also organische Geschichten, ja, und wenn, 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 ist jetzt nicht so dramatisch, es kommt darauf an, ja, ob also jetzt der eine das gewollt hat oder der andere nicht, ja. Ja, aber dann haben wir natürlich Venus-Pluto, auch Mars-Pluto und diese Dinge. Wenn das, was selten ist, ja, im Einvernehmen stattfindet, dann haben wir nicht so eine Schwere. Ja. Aber Uranus ist da immer dabei. Ja, ja. Oder früher war ja das so, mir das ja auch bei ihnen passiert, dann habe ich einfach einen österreichischen Mann geheiratet und gegen die Eltern alles gemacht, verkuppelt werden. Ja. Verkuppelt. Ja. Alles hat seinen Sinn in diesem Leben. Das ist jetzt eine philosophische Frage. Ja, ja. Es ist kein Zufall, dass diese beiden Familiensysteme trotzdem zusammenkommen. Aha. Ja. Also ich kann nur ein Beispiel erzählen, also aus meiner eigenen, aus meiner eigenen Geschichte. Meine Tochter hat ihren Vater verloren mit viereinhalb Jahren. Mein Vater hat seinen Vater verloren mit viereinhalb Jahren und auf der anderen Seite meiner Tochter, ja, also eingeheiratet quasi, aber natürlich in ihr zusammengeflossen, hat die Mutter ihres Vaters den Vater verloren mit viereinhalb Jahren. Ja, und da kommen scheinbar Systeme zusammen, die das irgendwie miteinander nochmal verarbeiten sollen oder ausgleichen sollen oder wie auch immer. Das zieht sich an. Ja, das ist schon erstaunlich. Erstaunlich, ja. Wer hat, ich muss noch kurz dazu fügen. Ja, ganz kurz, mein Urgroßvater war Urenträger und mit der Gräze unterwegs, auch in Österreich, die Kuckucksuhrer, Urgroßvater und die Golli von meinem Mann, die war ja fast 100, die hat dann auch noch erzählt, dass so einer da war im Ort. Ja, und meinen Mann, den habe ich also ganz eigenartig gefunden, den hat meinen Namen angenommen und so weiter. Ja. Ja, aber das ist das Gesetz der Anziehung, ja, und da kommen wir gar nicht um. Ja, ist egal. Mit den verlorenen Kindern habe ich die Gegengeschichte. Meine Freundin ist ja bei der Geburt von ihrem zweiten Kind gestorben und ihre Mutter, ja, hat, warte mal, das hat sie eine Oma gegeben und die Oma, nein, das hat sie eine Mutter gegeben und die Mutter ist gestorben bei der zweiten Geburt und dann hat sie Kinder gekriegt, also meine Freundin und sie selber, meine Freundin, ist gestorben bei der zweiten Geburt. Ja, das ist auch schon eine, ich habe zum Beispiel, leider habe ich die Zeit nicht, ich habe ein zweites Beispiel auch noch, wo ich die ganze Familienlinie, das können wir da nie ausbrechen, ja, analysiert habe und da ist zum Beispiel in wirklich jeder Generation Mond, Entschuldigung, Sode Uranus. Ich kann euch sagen, das sind alles Männer, die fremdgegangen sind, die verrückt geworden sind, also es gibt hier auch wirklich Geisteskrankheiten und Männer, die also im ganzen Land irgendwie Kinder angebaut haben, also Sode und Gomorra, aber dieses Uranus, Sonne Uranus Thema, Großväter, Großengel, alle, alle bis in die Urgroßelternlinie, haben alle dieses Sonne Uranus Thema in den Horoskopen, es ist unfassbar, ja. Wir zahlen uns zur Begeisterung für Aufstellungen, ich weiß, ich kenne nicht und ich danke dir ganz besonders nochmal, weil ich weiß, dass es nicht immer so ganz leicht ist mit dem Atmen und du hast es so hervorragend hingelegt und du warst so begeistert und vielen tausend Dank für den tollen Vortrag. Vielen Dank.